Ich habe dieses Produkt von der Lego-Gruppe kostenlos erhalten und würde es auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten mit 5 Punkten bewerten. Der Aufbau hat den Kindern schon viel Spaß gemacht und wir spielen natürlich auch. Es sind viele verschiedene Figuren und Bausteine dabei. Und Highlight ist natürlich die interaktive Bahn, die einfach durch Anstupsen fährt. Und es gibt auch viele interaktive Schaltflächen, Sounds, Lichter, also ganz viele Optionen. Einziges Manko wäre vielleicht, dass die Batterien nicht enthalten sind, die man dafür braucht. Und wenn man sie nicht zu Hause hat, kann man halt nicht direkt loslegen. Vielen Dank.